Herzlich Willkommen Leute zu einem internen 3 gegen 3 in Call of Duty Modern Warfare Remastered mit Sachse, Early, Kundan, Dadoch und Freezy. Hallo, guten Tag. Wir spielen Search and Destroy im 3 gegen 3. Momentan die Map Crash. Das Setting an sich kennt ihr ja bestimmt. In ner Helikoptermitte einer ist Dadoch. Dadoch hat mich, Helikopter. Oben auf A glaube ich. Ja. Ich hab mal einen. Einen Gegner umfallen sehen und das war's. Hat aber einer. Hast du den vorher gesehen hinter dem Zaun oder was? So ein bisschen ja. Nicht, dass ich gleich gebannt werde hier mit dem Hex. Neen. Da brauchst du keine Sorgen, sonst gibt keine Anti-Cheater im PC. Na gut, dann hab ich alles richtig angestellt. Okay. Ohohoho. Ja. Ohoho. Ja, bitte. Oh, nice. Ey ist doch nicht wahr. Ah, lebt richtig. Hey. Ich wollte die grad dissen, dann kommt die immer noch um die Ecke. Hey. Ok, Freezy. Wo war der sagst du? Oh, oben auf Maus. Das könntest du vielleicht nur ausmachen, so die Killcam. Wieso, die Killcam soll ja anbleiben. Soll die anbleiben? Ihr könnt aber jetzt mir nicht zugucken im Gegner-Team, ne? Ne, ne, ne. Das war aber ein schöner Kill hier am Ende. Ich hätte nicht rennen sollen. Dachte aber du wärst bei B schon. Oh, hab ich ja gar nicht gesehen, Alter. Hast du dein FOV umgestellt oder so? Schöner Flick. Direkt gerochen, als er um die Ecke kam, ey. Leute, wir haben eine Drohne. Das ist gut für uns. Das ist schlecht. Drohne hat die Granade nicht gefressen, das gefällt mir nicht. Was ist ein Sniper hier oder? Ich hab die abgewartet. Nein, was hast du jetzt, Alter? Ich hab die Sniper abgenommen. Au. Freezy wollte hinter dich laufen. Aber da haben wir. Sie sind noch da. Erledigen Sie die Mission. Nein, jetzt ruckelt. Und da kommt er. Schön. Ja. Easy. Na ja, hier kann man ja nicht die Klasse wechseln. Das ist C.O.G. Doch, kannst du. Gleich. In der Freeze-Time. Ja, ja, ich weiß. War doch ein guter Kill. Der geht auch No-Scope. Auf die Distanz. War das richtig. Messer am Rücken, ey. Messer ist auch gut in dem Spiel. Nach drei Runden wechseln wir. Es geht bis zwölf. Also wer zuerst zwölf Runden hat. Okay, leider. Wie liegt man die Bombe? F. Wow. Nicht dein Ernst jetzt. Komm zurück. Oh nein. Einer ist bei A an dem A-Gebäude daneben. Und einer ist noch so, wenn du aus deren Base rauskommst und in die Mitte gehst. Hier ist noch B außen. Er war B außen. Das Magazin. Was ne billige Ecke vom Sachsen, aber du hast sie nicht gesehen. Steht doch da im Dunkeln, ey. Wo war er? Wo war er? Wo war er denn? Bei A unten im Gebäude. Bei A ist einer drin. Ja, man heilt ja wieder in C.O.D. Ach ja, stimmt. Hm. Hast du gesehen, oder? Oh Gott. Meinst du mich? Nee. Der kann ja nur Dadosch sein bei B. Ich hab auch so den geschrieben, holy shit. Oh, hat er, hat er den Jugger? Die Sniper ist doch kacke, Mann. Die Sniper ist gut. Dadurch hast du Juggernaut? Ich hab Daisy geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das System hab. Nee, hast du nicht. Sieht man jetzt ja links. Das heißt, Early hat einfach nur Kacke geschossen. Die haben ihn genau in die Brust geschossen. Ja, Early hatte sogar Jugger. Early hatte den Jugger. Natürlich. Natürlich. Ich hab das gehört. Aber machen nur die Anfänger. Da doch schalte ich noch um. Ey, wer von euch im Team hat auch Jugger. Tunde hat, hat Jugger. Ich hab ganz vergessen, dass wir die Bombe verteidigen müssen. Oh. Oh. There are many up. Welch? Is a house? Hier. Da wo ich hingucke. Einer läuft grad B lang. Oh. 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 Hab ich dich getroffen? Nee, oder? Nee. Ey, das war so klar, Mann. Ich hab dich gehört. Nein, du warst gecampt. Oh, 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 Frischhut geschossen. Der muss in der Baseless sein. Einer hat wie lange gewesen, Early. Hat rumgecampt. Da ist er! Vor dir, Early! Komm um die Ecke! Den Mann war! Wir haben diese Hunde verloren, aber das ist doch nicht vorbei. Bereit machen! Einer war in der Mitte, einer war oben, glaub ich. Das kann ich nicht, wenn der überhaupt hochgehen kann. Da, Early schon da links in der Mauer. Die stehen einfach auf Karomse. Ich hab's nur gemütlich gemacht, ja? Granaten haben wir am Anfang immer. Das ist ja der Frenzi, ey. Oh, da ist schon einer drin! Nein! Wo war Early? Äh, B lang war da. Aber ist jetzt nicht der Fall. I'm hope, I'm hope. Ja, du bist der letzte Early. Das ist deine Runde. Triple. Einer ist, glaube ich, nach oben. Oder nach unten. Oh! Schön! Schön! Der hat keinen Schalter einfach auf die scheiß AK nehmen soll. Schön! Du solltest doch nicht an, wie siehren. Ah, dann kommt er! Ja! Da hat er mir direkt eine mitgegeben, oder? Ja, dann hat er mir mitgegeben. Ja, dann hat er mir mitgegeben. Ja, dann hat er mir mitgegeben. Ja, dann hat er gut getroffen. Ich hab den Schuss aus Early's Waffe zwar nicht gesehen, aber... Ja! Ja, schall den Pferd! Ja, der macht den Schuss unsichtbar. Ja! Wann kann man eigentlich eine Menge rüber? Ja! Uh! Er ist linke Seite vor B lang. Oh! Riesiii! Bisschen schnell, ja? Bisschen. Wollt ihr umlaufen? Er ist links. Early lauft durch! Lauf durch! Lauf durch! Er läuft durch zu A. Er zu B. Hallo, halt doch die Klappe! Bei denen er base am Auto! Der kassiert! Oh! Der Try kassiert! Ist doch nicht wahr! Scorpion ist kacke! Nein! Oben auf dem Dach! Da, da, genau da! Recht! Da, ja! Der hat doch schon kassiert! Hast du gesehen, oder? Ja! Huuu! Ah! Hey, du hast Hits! Das ist scheinbar nack! Dachse, wo hast du die denn liegen lassen, Alter? Ja, wo hast du schon richtig? Ich hab mal gesehen, du loih! Du wolltest mich messern oder so? Ja, aber ich hab die Messertaste wieder nicht gefunden! Die ist in Modern Warfare, ist die keine Ahnung! V war es nicht! F war es nicht! Ich drück hier ein bisschen! Und dann läst es halt auch nicht um! Leih! Lucky Headshot, ey! Ich hätte jetzt echt gedacht, ich war kackst! Ach, ich war auch ein 1 on 1! Ja, ja! Ich übe jetzt gleich mal hier Trockenmesser in der Base! Pause! Ist okay! Ja! Ich hab's nur umgelegt extra, damit ich mich gar nicht erst... Wir haben ne UAV, Leute! Das stört immer richtig! Das war halt richtig nervig! Nein! Fick dich dadurch! Ja, mit den... Lackern ist das Glück! Ha ha ha! Einer ist bei A drin! Hatt's mal! Ja! Da bestimmt der Fretzi! Ja, das war ich! Hab ich ihn nicht so seh, ja ne! Ok, Drohne ist weg! Quatsch! Einer ist in dem Haus bei der Mitte da! Ey! Bei A! Ey, da ist bis so ein Camper, Randy, ey! Ich weiß! Auf der Treppe! Ach, auf der Außentreppe! Oh Gott! So, das hat nicht mehr viel! Bis der hier angekommen ist! Ok! Ist es eh immer in Schaft? Ja, Pedalo! Ich wollte dich messern! Ich hab zuerst V gedrückt! Ah, das war der Server! Der hätt's eh nicht mehr defusing können! Das war ein Punktvorteil! Ich hab keine Ahnung, wie lang die piept hier überhaupt! Da stand's über ne Zeit! Also unten links steht ne Zeit! Ich glaub 3 Sekunden waren zu sagen! Du brauchst 5 Sekunden zum defusing! Ja, ja! Ja, und 30 Sekunden zum Messern, alter! Alter, Dardosch hat neun Kills, ey! Ja! Hälfte davon ist, wenn ich Sachse mit der Nate hochjage! Ja, aber kill is kill! Am Mülleimer ist einer! Ja! Ja! Hälfte davon! Er ist auf der Treppe hier im A-Haus! Oh Gott! Läuft! Das war ich! In den Rücken, alter! Und noch einer! NACHSE! Wie ich mich hingesetzt hab! Ja! Ich hab's gesehen noch in der E-Haus! Sachse, chillt ab! Oh, die lebt noch, oder? Nee! Naja! Sachse! Ja, das war! Er hat sich aber nicht bewegt! Hat die Bombe gelegt, oder? Oder hast du nachgeladen, oder so? Da ist kein Bombenplatz! Achso! Ich dachte, er legt grad ne Bombe, oder so! Das rote Kopftuch hat ich verraten, ey! Ja, stimmt! Ich guck da so hin! Hey, wir verteidigen jetzt aber wieder alles gut! Und was habt ihr heute schon so erlebt? Wow! Freezy haben wir, das ist gut! Das ist schlecht! Da ist noch einer bei denen an der Base! Mitte so! Oh Gott! Der ist nach rechts weg gelaufen! Was war ich da? B lang! Oh Gott! Er ist im Haus vor A! Er ist wieder auf dem Dach und kämmt! Knauze da unten auf dem Blät! Er ist grad aus dem Haus gegangen! In welche Richtung? Nee, ist er nicht! Er ist da noch um A! Schön! Haus vor A! Haus vor A! Als Camper! Egal A haben wir! Camper nennst du mich?! Ist das dein Ernst?! Ja! Sagst du, du sitzt da ganz falsch! Wo sind die? Keine Ahnung! Komm mal! Da ist der Flach! Ich habe das Gefühl, ich hab nicht mehr auf dem Boot! Da ist der Flach! Ach da ist der Flach! Auch! Der liegt aber hier! Er ist bei B! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ihr habt hier die Rucklade des Turtles, aha! Meine Einstellungen sind nicht perfekt, der Busch da, der schiefende Busch. Oh mit dem Ding in dem Gras zu liegen ist aber auch hart ey. Werteur hat er gehabt glaube ich. Wer? Ich glaube Kundran, der hat auch eine Granate gedroppt. Das ist eigentlich immer die Bombe man. Du laufst da drüber. Zwei Stück Mitte. Zwei Mittel-Leute. Der bei mir. Ey ich war nicht mehr in Range. 100% ich nicht. Ne, eh eh. Ich kann mir nie mit dem lieben 100 Schaden machen. Granate, Alter. Splitter. Fuck! Lächerlich, erst im... Ohhhh, drei schöne Diegel-Klicks. Schön. Wo war der? Woanders. Er kämmt ja immer die ganze Zeit, also... Wahrscheinlich im Haus oben. Oh diese... Ding, ding! Der Kugelschreiber fliegt ey. Hahahaha. 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 Einen Juggernaut ist bei A unten drin. Wieder eine schöne Granate. Die Granate wirft mal Spaß ey. Er ist relativ langsam. Da, da, da. Da, 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 da. Bei B. Bombel? Oh nein! Nein! Oben, oben jetzt. Oh fuck. Da hat er grad die Waffe gewechselt ey. War er ganz oben? Ne, also er... Pff... Ich stand halt auf der ersten Treppe. So gesehen. Ok. Da ist er... Hat er mich gekillt. Hallo. Der Messer hat mich doch gleich irgendwo. Wo bist du denn? Im Gebäude dann. Hallo das Gebäude bei A nicht bei B. Du hattest ja auch immer zu labern, denkst du ich bin bescheuert und glaubt drauf an. Ja. War das denn da Rauch? Ach das gar keiner war. Lol das ist das. Ich dachte das ist der Rauch von David. Was steht da grad drin? Versteck mich. Wie viele Sekunden hab ich noch? Eine Minute. Oh ok. Dramatische Musik aber... Du kämpfst doch nur wieder um mich zu neifen. Ich verteidige. Bitch alter. B. Ich verteidige. Komm schon! Ah! Was hab ich denn da gehört da oben? Er ist unten rumgesprungen wie so ein wilder. Ach du hast die Zetten hören. Oh nein! Mein Helm wieder zurück! Wieder zurück! Wie viele Runden haben wir denn? Wer zuerst zwölf hat. Wer zuerst zwölf hat. Also es kann echt knapp werden zwölf Apes. Komm Freezy fang doch mal ein paar Granaten jetzt. Ja? Ne ne. Ich zeig dir wieder wie man die schmeißt. Oh Gott! Das war knapp. Ich hab beinahe eine gefangen. Hehehe. Oben auf A. Shit zu spät gesehen, Alter. Unten am Mülleimer A. Boah ich spiel halt mit 15 PS. Er ist zwei Haar. Da! Oh! Genau beim Sachsen, da wo er gestorben ist, sind zwei. Drei. Mann, Mann, Mann. Ach! Man diese Scheißstelle gibt's immer noch, wo man da hängen bleibt! Ja, das war der Scheiß. Der war gut, Alter. Ich hab grad so ein bisschen deinen Kopf gesehen. Dass wir das Scheißding nicht wegnehmen konnten. Hallo! Oh, die Trafik hat gefasst, was was ist. Toll. Ja, laufen kann man ja immer noch selbst. Ja, nein, da ist so ne scheiß unsichtbare Äcker, an der man immer hängen bleibt. Du bist an die Treppe gelaufen. Nein! Hab ich doch gesehen, Bubbele. Ey, das... Oh! 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 Echt hab ich da auch noch eine hingeworfen. Ja, das hat so ein Rot geleuchtet, Alter. Wie so ein Weihnachtsbaum oder so, ey. Oh! Das wär der Oberhammer! Drei mit einer Nade hatte ich ja doch. Vor allem, dass wir... Oh, dass wir alle auf die hingehen, ey. Das war auch nicht dumm. Drei mit einer Granade wär der Shit gewesen, ey. Ja, echt. Ich war am Limit. Also, es war so ein, zwei Damage mehr, wenn wir beide sind. Das wär krass. Runde zu Ende. Runde geht los. Granade, Ende. Rommelor. 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 Okay, die verteidigen B oder was? Einer läuft bei A rüber. Einer läuft bei A rüber. Einer ist bei B, ja. Wo ist der Sniper? Nee, du gehst drauf. Bevor ich... Ja, aber... Du gehst vorher noch drauf. Du gehst vorher noch drauf. Ich hab dich nicht getroffen, ey. Ich dachte auch nicht, dass du es warst. Weil ich dachte, du hättest mich gesehen eigentlich. Ich wollte den Kill... Ah, nein! Nein! Nein, das ist grad nicht passiert! Hast du... Hä? Ich mein, ich weiß, was passiert ist, aber... Du hast... Warte, Moment. Du hast meine Claymore ausgelöst und in dem Moment bin ich rüber gelaufen. So, das war der letzte richtige Kill, ey. Ich krieg'n fucking Kot rein, ey. Sowas ist mir noch nie passiert. Man konnte es bei mir schön sehen. Also, ich mein... Du hast immer Schaden gekriegt, oder? 8, 7, ey. Nö. Ich stand da ja auch... Also, ich stand ja auch hinter einer Wand für die Claymore. Ach, Mann. Dadurch macht Stress, ey. Das ist eigentlich nicht zu einfach, ne, ey. OUTER! Jawohl! Einer Mitte am Heli. Oh! Der ist down. Jawohl. Meine FPS wollen sich nur beruhigen. Boah, hast du mich... Ja, ich hab's grad auch noch mal gesehen. Du hast mich krass erwischt, ey. Nein! Unten! Bei... Bei A. Oh, sagt er! Boah! Ich hab außerdem geklickt. Habe dich aber auch erst spät gesehen. Warum sieht man eigentlich den scheiß Ping nicht? Also, du kommst so... Ich sag, hä? Oh! Leuchtet rot. Was hast du gesagt, ähm... Early? Warum sieht man den Ping eigentlich nicht? Suchen und zerstören! Ich hab keinen Ping. Ändert ja am Spiel nichts. Ja, aber es ist halt... Trotz dessen scheiße. Weil dann wüsste ich, ne? Ich hab'n scheiß Ping. Okay, irgendwas ist hier grad... Ja, es kann ich da meckern. Ich hab'n scheiß Ping. Ne, aber dann könnte ich zum Beispiel sehen... Oh, ich hab'n erhöhten Ping. Dann brech' ich das ab. Oder was weiß ich... Wird vielleicht auch nicht lohnen. Was merkst du doch? Wenn's ruckelt, hast du'n scheiß Ping. Es ruckelt ja nix. Es läuft ja flüssig. Lass auf. Einer ist in der Mitte. An den Säulen. Oh Gott. Einer sparrt an die Beule. Und ich wurde durch die Wand geholt bei A. Ah! Sachse! Okay, muss ich auch auf die M4 wechseln jetzt, ey. Die war krass, ne? Oh, die haben die... Oh, Leil. Geh mal lieber rüber zu A. Sachse, unten! Sagt, sie stirbt. Sagt, alles in Ordnung. Jetsi wollte die Treppe hoch. Wir haben die Bombe! Hab die mal geholt, wa? Bei denen in der Base, bei denen in der Base. Leute, ich hab' ihn nur best... Sagt was an! Ich hab die Bombe! Oben im Haus bei A. Oh! Oh! Ich hab' ihn noch in der Mitte. Ja! Den hast du, Sachse! Komm schon! Er kommt! Na, ich weiß nicht, wodurch er kommt. Er ist irgendwie auch gegen die Mauer gelaufen. Kommt, Leute! Der ist beim B. Den macht ihr jetzt! Hier? Neben noch zwei? Nein, nein! Du und Kunran! Ey, stopp halt! Zeit läuft! Ist mir egal! Alter, defuse ihn! Defuse! Ach, dammit, ey! 4 Sekunden brauchen wir! Es reicht nicht! Nein! Nein! Sehr gut! Doppelkill nochmal! Jetzt kriegt er noch Killstreaks dafür! Jetzt hat er schon zwei Kills! Bereit machen für die nächste Runde! Zeit ist ein wenig knapp! Ja, man muss sich halt beeilen, ne? Ja, aber guck mal! Die Bombe wurde gelegt! Wir sind losgelaufen! Nein! Und dann habt ihr erst ein bisschen gezielt! Euch hinter Autos gelegt! Durch Läden gelaufen! Ich bin direkt losgelaufen und bin durchgelaufen! Du lagst an einem Auto! Ich bin durch... Ja, da lag ich, weil da das auf mich geschossen hat! Und dann die Bombe! Ich muss ja auch irgendwo noch den Gegner killen! Ich lauf ja nicht los, um die Bombe zu entschärfen! Du hast den Gegner ja nicht mal gekillt! Ja, weil er mich angegriffen hat! Die Zeit ist nie zu knapp! Zum entschärfen! Nein, das ist richtig so! Das ist Originalzeit, oder was? Läuft einer zur Mitte zum Heli? Weißgranate! Da callt doch einer was! Plantet einer bei A! Der Schwachsinn! Ich hab ihn doch gefasst! Refuse! Doppelmesser! Noch einer! Nein! Das ist doch nicht im Ernstmann! Das Doppelmesser da unten! Ich hab die scheiß Handgranate... Early mit seinem guten Backup! Ich hab die scheiß Handgranate geworfen! Das hat zu lange gedauert, bis ich aus der Waffe wieder raus war! Aber warum nicht einfach auf die Tür zielen? Ich wollte die Handgranate runterwerfen, weil ich dachte... Ich wusste ja nicht, dass da einer kommt in dem Moment! Achso, und die Granate hätte dann... Nein! Ich wollte einfach nur gucken, ob er im Gang da unten steht! Verdammte Scheiße! Ich hab schon mal die Einstellung gefunden, die schlecht waren! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du Scheißlacker! Einer ist in dem Laden, der ist low! Einer ist bei A oben, glaube ich! Frisch durch und er legt die Bombe auf! Was war das denn? Da wohnt ich nicht hin! Kommt runter! Kommt runter! Schön! Nein! Pick mich! Ich wollte dich messern! Das Problem ist, jetzt wohnt die Bombe gegen keiner konnte helfen! Mit nem Wurfmesser oder was? Leute! Boah! Hast ihr das Knacken gehört? Ja, Early! Nicht schießen, ey! Das bringt nichts! Das sieht ziemlich nice aus! Was macht Drohne? Soll ich damit vielleicht nicht unbedingt so früh ankündigen? Das sehen wir eben! In der Mitte am Heli ist einer! Und einer ist links noch nie! Wo denn links? Einer ist, glaube ich, bei A drin! Oh Gott! An dem Mülleimer! Nein! Ah! Mülleimer! Kommt, Leute! Strenkt euch an! Schön, Sachse! Kommt! Das ist unsere Runde! Die Drohne ist weg! Einer ist unten bei A! Nein! Ich fack dich dadurch! Gehst du dadurch? Ich bin tot! Ja, Leute! Kommt! Wir sind noch im Rennen! Kommt schon! Und! Hier haben wir nur noch den A! Und die Halt! Ding! Also Schalldämter auf der AK-Link gilt Ultra-Scheiße! Anstrengend! Mäne, Leude! Ich bin die AK generell irgendwie kacke! Oh Gott! Einer hat auf B lang ne Granat abbekommen! Ich hab noch der Chat, alter! Wieso öffnet sich der Chat denn? Weil du die Taste dafür drückst. Wahrscheinlich. B lang ist immer noch einer. Ich hab da sonst liegen gehabt. Aber A ist einer. Oh shit. 2 on 1 jetzt? Ich weiß nicht wo. Achja ich seh es ja am kleinen Haus unten. Also am Haus unten. Oh nein. Jan! Nein da geht der danach nicht. Du machst letzter Kill. Guckst dir an, guckst dir an. Guckst dir an. Die haben die genau die Fresse gekriegt. Da, da, da. So ein Lack, ey. Dachte nur wenn du den jetzt erflisch. Du bist so tot. Leute komm wir dürfen keine Runde mehr verlieren. Alka stimmt eine Runde drauf. Aber wir verteidigen. Wir verteidigen. Verteidigen ist gut. Nö, ich bin ja gut. Wir haben die Bombe. Boah. Das ist Nummer eins? Na schau. Ja ne. Ja doch. Einer ist slow im Haus in deren Base. Oh Gott. Oh Gott. Einer rennt rüber nach A. Bilde Gesundheit, ne? Nur wie. Nee. B lang ist einer. Jawoll. Scheiße. Wechsel das Magazin. Meine Hande. Die Claymo da drüben. Oh nein ich habe ihn nicht gesehen. Okay gut Early, gut Early. Die Bombe liegt bei B und da ist eine Claymo in dem Auto. Danke für die Info dadurch. Da ist er. Anvisieren. Wo er ist weiß ich nicht mehr genau. Ja. Hoch. Ja die ist in dem Auto direkt bei B. Nice, nice. Ah fick dich. Oh schade. Puh. Alter Scheiße. Anvisieren ist wichtig. Scheiß. Ablenkung. Ja auch immer. Du hast ja so viel daneben geballert. Ja. Wie das auch fach. Wie so ein verrückter kommt er da runter ey. Das war doch ein sehr sehr spannender Auftakt Leute. 10,12. Ja. Wenns euch gefallen hat. Gerne liked er lassen. Schaut auch bei den anderen vorbei. Da könnt ihr die andere Sicht sehen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Call of Duty Infinite, nein Modern Warfare Remastered wieder. Machts gut bis dahin. Und tschau. Tschüss. Tschüss. Infinitful Mastered. Infinitful Mastered.